Was regelt eine Hausordnung und wann ist sie letztendlich zwischen den Vertragsparteien verbindlich? In einer Hausordnung wird sozusagen zwischen Mieter und Vermieter geregelt, wie die Parteien oder wie insbesondere der Mieter sich im Haus benehmen soll. Grundsätzlich sind das in der Regel eigentlich allgemein übliche Verhaltensregeln, die dort festgelegt werden. Damit diese Hausordnung auch gilt, muss sie zwischen beiden Parteien, das heißt zwischen Vermieter und Mieter entsprechend vereinbart werden. Unsere Empfehlung, das Ganze sozusagen im Vorfeld des Mietvertragsabschlusses zu machen. Eine einseitige, das heißt nur vom Vermieter erfolgte spätere Änderung wirkt hier nicht, weil wir eben die Vereinbarung zwischen Mieter und Vermieter haben. Schön, dass Sie dabei sind. Mehr in unserem Lexikon oder in unserer Akademie.